Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Barrio ist so eine Bezeichnung für mein Kiez. Also da, wo man sich wohlfühlt und es irrelevant ist, woher man kommt. Man kann das vielleicht zusammenfassen, so eine kleine Geschichte. Eigentlich angefangen haben wir 1993, so eine Mischmannschaft von Frauen, Männern, Kindern und so haben wir angefangen. Im Laufe der Zeit hat sich das geändert und dann haben wir einen ziemlich großen Zulauf von Leuten, die sich auch interessiert haben, aufgrund dieser familiärischen Atmosphäre, die entstanden ist. Der Verein ist schon fast wie so eine kleine Familie, also wie eine zweite Familie. Wir treffen uns auch so zum Fußball gucken in der Schanze, wenn Weltmeisterschaft ist, Champions League oder auch zu Geburtstagsfeiern, Silvester. Also es ist schon nicht nur eine Mannschaft, in der man Fußball spielt und sich dann nicht mehr trifft, sondern man macht auch so außerhalb was. Das macht eigentlich seit zehn Jahren ununterbrochen eigentlich Spaß. Wir haben vor, eine Urachsenmannschaft aufzubauen. Es gibt viele junge Emigranten zum Beispiel zur Zeit, die diese, nicht nur, was sie leisten müssen, sondern eine Art Gewohnheit, eine Art Familie brauchen. Und ich glaube, wir haben viel Erfahrung in dieser Sache. Also es ist so, dass wir zum Beispiel die Amerikaner, die Sonntagsspiele, die wir durchführen und auch hier sehe ich schon, für uns ist es wieder eine Stück Heimat. Also man trifft sich, man unterhält sich lange, man bleibt so ein paar Stunden länger da am Spielplatz und man geht in der Arbeitswoche sozusagen zufrieden. Also du hast was erlebt, was dir auch urgemütlich ist. Und das ist schön, für Alten, auch für Jungen. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.